Hi! Eigentlich wollte ich gerade mein Testfazit zum Vivo X200 Pro Smartphone aufnehmen. Das ist das hier. Ein sehr, sehr geiles Smartphone. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann abonniert mich bitte, weil dann verpasst ihr auch die Reviews zu diesem Gerät hier nicht. Vor allem die Kameras hier haben mich mega überzeugt. Ich würde aktuell sogar sagen, zumindest stand jetzt gerade, für mich das beste Smartphone mit den besten Kameras sozusagen. Aber egal, weg mit dem Vivo X200 Pro, weil ich habe jetzt glücklicherweise was gefunden, wie ich endlich mein YouTube-Problem oder mein YouTube-Layout-Problem auf meinem Google Pixel 9 Pro Fold verbessern kann, es viel, viel besser machen kann. Wie genau das funktioniert und was ich genau meine, erfahrt ihr jetzt. Von dem folgenden Problem habe ich ja auch schon in meinen anderen Videos auch bei der Review zum Google Pixel 9 Pro Fold berichtet. Und zwar, wenn ihr in die YouTube-App geht, auch unter Android 15 jetzt übrigens, seitdem das neueste Update da ist, ist es immer noch, leider Gottes der Fall. Wenn ihr in die YouTube-App geht, dann seht ihr ganz normal die Vorschau-Bilder auf der Startseite, auch bei den Abos. Ich bin mit diesem Layout vollkommen zufrieden, das stört mich nicht. Da müssen keine größeren Vorschau-Bilder sein, das finde ich völlig in Ordnung. Klickt man dann aber auf ein Video, dann wird einfach mal das Video oben links nur geöffnet. Also ihr seht ja dann hier, dass ihr das 16 zu 9 Video eben oben links seht. Und auf der rechten Seite sind noch weitere Vorschläge von anderen Videos. Beziehungsweise, wenn wir auf die Kommentare tippen würden, sehen wir dort dann auch noch die Kommentare, die dann aber auch sehr doll abgeschnitten sind, wo man vielleicht, keine Ahnung, drei, vier Wörter gefühlt nur lesen kann. Und genau dieses Layout nervt mich halt. Egal, ob wir das Smartphone auch nochmal kippen, dann ändert sich das Layout auch nicht. Es bleibt immer in der gleichen Form. Und dieses Layout nervt mich vor allem, wenn man halt auch andere Vorder-Bilds kennt. Ich glaube, beim Honor ist es auch der Fall, aber eben auch beim Samsung Galaxy Z Fold 6 auf alle Fälle. Wenn man dort die YouTube-App öffnet und sich irgendein Video angucken möchte und dort rauf tippt, dann wird eben auf der ganzen oberen Seite das Video angezeigt. Und dann unten dann die Kommentare. Man kann sich die Kommentare weiter anschauen und auch kommentieren sogar. Und auf der oberen Seite kann man dann das Video sich angucken. Aber wenn man hier beim Google Pixel 9 Pro Fold Layout eben das Video in Vollbild sehen möchte, dann muss man erst in den Vollbild-Modus gehen. Und dann kann man aber die Kommentare nicht mehr lesen, beziehungsweise man hat oben und unten diese hässlichen schwarzen Balken. Also, wie kriegen wir das denn hin? Es gibt nämlich endlich einen Weg. Ich habe euch ja, glaube ich, gesagt, dass wenn es einen Weg geben wird, dass ich dann sofort ein Video machen werde. Das ist jetzt hier halt der Fall. Und zwar braucht ihr dafür die YouTube-Beta-App. Die könnt ihr jetzt nicht so ganz einfach herunterladen, sondern dafür müsst ihr in den Google Play Store gehen, dann auf YouTube gehen und dann könnt ihr, wenn ihr runterscrollt, eigentlich dem YouTube-Beta-Programm beitreten sozusagen. Aber in meinem Fall und vielleicht auch bei vielen von euch da draußen geht es nicht, weil dort steht, das YouTube-Beta-Programm ist schon voll, haben es schon viel zu viele Leute gemacht. Aber zum Glück gibt es einen weiteren Weg. Das habe ich auf Reddit entdeckt nämlich. Und zwar kann man da auf einen Link klicken, den werde ich auch unten in der Videobeschreibung euch verlinken. Ich werde euch den Reddit-Beitrag verlinken und aber auch den Link direkt hin, wo ihr eben diesem YouTube-Beta-Programm beitreten könnt. Wenn ihr da raufklickt, dann werdet ihr automatisch im YouTube-Beta-Programm oder tretet automatisch im YouTube-Beta-Programm bei. Und wenn ihr das gemacht habt, dann geht ihr einfach wieder zurück in den Google Play Store mit dem Smartphone und dann stand in meinem Fall zumindest, sie treten gerade dem YouTube-Beta-Programm bei. Warten Sie bitte ein paar Minuten, und das kann etwas dauern, dann aktualisiert ihr die App. Damit habt ihr dann sozusagen die neue YouTube-Beta-App. Und jetzt, oh Wunder, oh Wunder, passiert es endlich. Wahrscheinlich hat YouTube dann endlich bei der Beta-App dann in den Parametern auch dieses Display-Format hier eingegeben. Wahrscheinlich scheitert es daran, dass irgendwie dieses Display-Format, diese Abmessungen hier nicht der YouTube-App sagen, dass wir hier eben ein Tablet sozusagen oder ein Foto-Biz-Smartphone haben, ein Innendisplay, wo genügend Platz für so ein Tablet-Format, wie ich es einfach mal nenne, da wäre. Das wurde jetzt anscheinend angepasst und jetzt endlich, oh Wunder, oh Wunder, passiert das Wunder. Man geht in die YouTube-App, man sucht sich irgendein YouTube-Video aus, klickt drauf und schon wird oben das Video im Vollbildmodus angezeigt und man kann unten die Kommentare komplett lesen, die Kommentare schreiben, wenn man denn möchte und muss nicht mehr in den Vollbildmodus gehen, wo man halt oben und unten einfach nur die schwarzen Balken hat. So ist wenigstens das ganze 8-Zoll-Innendisplay, das Google Pixel 9 Pro Fold ausgeschöpft und man sieht überall irgendwie was und trotzdem ist auch noch das Video im Vollbildmodus sozusagen. Und jetzt habt ihr endlich das beste YouTube-Layout, was man für einen Google Pixel 9 Pro Fold so haben kann, meiner Meinung nach jedenfalls. Schreibt gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare. Achso, und wenn ihr das Smartphone oder das Fold hier dreht, dass ihr die Kamera oben oder unten habt, wie auch immer ihr das sehen möchtet, dann wechselt das YouTube-Layout wieder zurück zu dem bekannten Layout sozusagen, dass wir halt oben links das Video haben und rechts die Vorschläge für die nächsten Videos oder halt auch Kommentare, je nachdem. Ich bin mega froh, dass das Ganze jetzt endlich so funktioniert, wie ich es mir wünsche. Ich hoffe, dass es auch dabei bleibt. Ich hoffe, dass das jetzt nicht irgendwie in der Alpha-Version von YouTube wieder rausgenommen wird oder irgendwie so. Und vor allem würde ich mir persönlich wünschen, ich denke, das wird schwierig sein in der Programmierung wahrscheinlich, aber ich persönlich würde mir wünschen, dass es YouTube oder alle App-Hersteller so machen oder Ersteller oder Entwickler so machen, dass wir selber in den Optionen die Wahl haben, welchen Modus wir denn haben möchten. Den Tablet-Mode, wie ich ihn einfach mal nenne oder eben den normalen Telefon-Smartphone-Modus. Das wäre schön, wenn wir Foldable-Besitzer da irgendwie die Wahl hätten. Ich würde mich freuen, ihr vielleicht auch. Schreibt es, wie gesagt, gerne in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ich denke schon, vor allem abonnieren nicht vergessen, weil dann sehen wir uns auf alle Fälle bald wieder. Macht's gut.